Hi, Servus Leute. Dann werden wir jetzt mal fortfahren mit dem Akt 2. Genau. Das Ding heißt Der Handwerker. Und wir zocken auf Alptrom. Wir probieren es zumindest. Ja. Ja. Der Handwerker. Die Waffen kommen. Aha. Jep. Ich habe doch eine Brandkarte mit einer geilen Waffe. Das würde ich mir doch nehmen. Ja doch. Ich glaube ich nehme auch einfach. Für Qualität Nahkampfwaffe. Leichtes MG oder ein Scharfschützengewehr. Das ist doch bestimmt geil. Wenn ich einfach mal ein geiles Scharfschützengewehr bekomme jetzt. Ja, das sehen wir gleich. Ich habe mir noch Hezen. Sind Sie happy? Nein. Rover 2, ihr braucht Bob the Rescue. Die Waffenkammer hat ein biometrisches Schloss mit seinem Handabdruck. Seit dem Angriff ist der Funk tot. Wir wissen ja was das heißt. Viel Glück da draußen. Coach Ende. M1A in grün. Ich muss ja erstmal labern ja. Gut, ich werde jetzt erstmal mit der Machete auskommen. Darum muss ich mich kümmern. Was ist das? Ein schlechtes Visier ist besser wie gar kein Visier. Genau. Wohlfunk-Vizier ist mein Lieblings-Vizier. Also ich finde, das ist das Beste. Das schlägt noch nichts. Wer ist denn heute im Team? War das letzte Mal schon dabei? Ja, jetzt. Bevor du da aufmachst hier, ungefragt, hätte ich gern von irgendjemand noch 5 Geld. 5? Ähm, 24. Ja, mir gibt's gar nichts. Hier, sowas kann man immer brauchen. Sind die meine Garten nicht willkommen? Ich kaufe mir eine Granate. Dann gebe ich dir einfach den Rest zurück, so. Also brauch ich keine Granate. Da bin ich komplett über Pleite. Und hab mir aber noch ein Schild gekauft. Ich hätte würde, dass sie mich gern überleben wollen. Ja, ich würde, dass sie mich gern überleben wollen. Ich müsste dringend meine Stiefel ausziehen. Felix, Heilung? Aber weil ich ihn mag und meine Socken seit einem Monat nicht gewechselt hab, lass ich sie an. Wie wär die Socken seit einem Monat nicht gewechselt von euch? Ja. Nein, nein, nein. Warum frage ich überhaupt? Warum frage ich überhaupt? Schnell raus hier, bevor das noch anfängt zu müffeln. Wir sagen los. Wir sagen los. Wir vermissen welche den Fernseher, das Internet, Pizza und seine Mutter. Äh, die haben ja die ganze Zeit die Würmer noch. Das war noch nie aufgefallen. Ja. Auch gegessen worden. Und mir liegt da tatsächlich niemand. Und so wie ich oben rechts erkennen kann, lädt hier eine Horte aus. Wenn wir da schnell durch wollen, dann sollten wir uns behalten. Dann mal los. Machen wir dich wieder hin. Hey. 10 brauche? Ich finde ja wieder Rüstung an. Hm, stimmt. Für diese Panzerplatten braucht man echt Talent. Ah, also, ich weiß nicht, ob ich hier bei euch auch komme, aber diese Rüstung ist einen schweren Schlag. Bommel, Bommel. Wir sind richtig gut da rein. Und da ist die 3, Achtung. Wollen wir noch recht weg? Oh, ich hab noch recht weg. Äh, ich möchte lieber wieder rein kommen. Okay. Oder das wird so ein Ding. Ich hab noch gesagt, dass es mir fällt. Er wagt. Bumm, bumm, Achtung. Rüstung. Ergesell. Ich brauche hier Hilfe. Ich brauche Deckung. Ich brauche Deckung. Oh, wei. Bumm, bumm. Und dann weg. Boah. Oh, Schwarm, Achtung, Schwarm. Ich hab grad als Clip haltet hier im ersten Hild gestanden. Ist der ein? Guck mal, ne. Aber nicht. Ne, das ist der aus dem Dingens. Hat nur einen genommen. Was noch ne? Das ist für mich. Die Spiele sind zu viel. Zu vielen verschiedenen Sachen zum Einsammeln. Das ist ja eigentlich schon offen, oder? Das ist ja eigentlich schon offen, oder? Das ist ja... Verlarmwulver von... Haha, geklaut. Ja, sollte klappen. Mach mal halt. Ja, ja, davon hab ich von hinten rein. Ja, Rüstung. Rüstung und Heilung hier. Das ist nicht weh. Ich bin wieder im Haus. Äh, die Ecke? Fragezeichen. Die Ecke. Ich bin wieder im Haus, hat er gesagt. Fand ich gut. Ich hab das weh. Wir werden die noch verlieren. Ja. Doch hat sie nicht geheilt. Hier, bitte. Also, Bumm Bumm Bumm. Stuhl fast benötig. Habe ich mal weg gemacht? Ja. Wie ist er für klein? Oder wäre immer das wahr? Ja, auf die hab ich gerade die ganze Zeit geschossen, aber das Ding nicht. Okay, ja, da hat jemand auf das große mit geschossen. Er war wahrscheinlich Schollis. Oh, wieso heißt's? Na, ich hab gerade auch kurz drauf geschossen, weil es ewig nicht gestorben ist. Das ist immer eine Brüche, ne? Habt ihr das mit dem Wagen hier gemacht? Gelehrt? Ja, wer hat die Heilung bekommen? Nicht, nicht. Also. Ich hab Pärchen aufgehoben. Nicht? Oder ich hab... Ach, so zum Einsammeln. Ja, die Dacke und Polizei, oder? Die hab ich noch, weil wir sie haben. Ne, ne, ne. Brauchst du jetzt nicht vergeben. Hab ich jetzt nur gewundert, wo die... hin ist. Hier ist ne Weste. Hab ne Weste markiert. Dann wieder. Ähm... Dann geh ich hier vom Haus. Okay. Bin einverstanden. Charisse, komm! Komm! Geh nicht vor, wenn du nicht getroffen bist. Geh mal weg. Dunkeles Ding. Ey, das ist so ein Keiner. Geh gemacht, hoffe ich. Das könnte nützlich sein. Oh, ja. Könnt ihr mir jetzt rüben mal jemand helfen? Irgendwär! Jonas zappelt zu sehr rum. Ich krieg immer mal wieder einen Schuss von mir ab. Ja, ist egal. Achso, der macht so viel Schaden. Boah, macht der so viel Schaden. Boah, macht der so viel Schaden. Nein, 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 nein. Ich will auch nicht in den Schlamm rein. Ich hab auch Fünfer weh. Alles gut. Äh. 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 Was ist denn? Ja. Sie? Die Waffen ist ja noch da jetzt zu Recht. Ja, äh, es hat keine Anweisung. Bin halt einmal ausgerannt und hab den weggemacht da draußen. Ach, ich. Schreie noch. Ja, ist das schlecht gelaufen? Ja. Wollen wir die Vögel noch wecken, dann können wir gleich schon vorne anfangen. Du hast schon mal besser ausgesehen. Wie heißt das von anderen? Wie viele hat die Geld kostet? Ja, wenn wir jetzt die Vögel noch wecken, die nächste oder dann ist eigentlich mal einfach... Sind wir alle tot. Jonas ist zum Beispiel gerade irgendwie abhanden gekommen. Ja, ja. 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 Du schaffst das schon. Kommt mal da weg von der Tür. Du schaffst das schon. Ich helfe gerade mit jemandem. Du lebst jetzt wieder. Du lebst jetzt wieder. Holst nur das Geld vom Polizei oder so abends. Jetzt passen. Moni. Nicht verschwenden. Ich jag das komische Ding. Ja. Ich will wieder ins Haus laufen. Kannst du auch fahren? Nein, macht keinen Spaß im Haus. Okay. Guck euch zu, wie ich euch schon da her bin. Die Metsche. Wir sind bei einem Lochbleiben, muss er. Ich schieße auf das große. Ja. Wie spannend. Was deckt denn hier in uns? Wie viel Sex habt ihr unten? So gut. Bin ja da. Du hast mich gerettet. 3. 1. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. Kannst du mich etwa so dringend verarmen? Aufgemacht? Okay. Jetzt haben die die Tür aufgemacht. Aber die Tür ist auch in der Sackgasse, ist jetzt okay. Okay, okay. Weil ich nicht durch die Tür... Jetzt habe ich auch so eine komische Hand. Das wird so ein warmes Ding. Der riecht, komm rein. Ja, halt weg, komm. Das ist aber hinter der Wand. Ich renne raus. Ja. Erwischt. Normaler Schwarm. Wo ist denn dieser Schwarm schon wieder hier? Was ist denn mit dem? Da wollte er nicht kaputt gehen. Ich glaube das ist zu schwer Leute. Ich sag's aber, das ist ja ganz selten, aber... Ich sag's aber, das ist ja ganz selten, aber... Doch, ob die wohl von dort gekommen sind? Danke. Soll ich sie mitnehmen, die Bandage und nimmst du die mit? Keine Lust auf eine Infektion. Hier, das passt nicht zu mir. Ähm... Ach, hier ist noch eine Bandage rein. Hinter uns ist wieder so ein Schwarm, aber ich glaube, ich fang klar damit. Das ist für mich. Aber Vorsicht, ich bin nicht sehr gesellig. Ja, ist weg. Ich glück's. Jetzt müssen wir die Dinger mal machen. Oh ja. Also... Ich sag auch mal... Wird ne Horde auslösen. Okay. Hattest du gedacht, zumindest, wenn ich die Dinger abschieß? Ja, okay. Ich bin im WC hinten drin. Passiert nix, ne? Hier ist... Hier ist jetzt welche rausgekommen. Ich mach die mal kaputt, okay? Ja. Da sind die hier weggegangen. Warte! Hä? Wom sind denn die... Ach, die wachsen nach. Ach so. Hab ich auch abgeschossen, die hier. Sehen denn deine jetzt aus? Meine sind immer noch weg. Okay. Wir sind ja hinten in dem WC, Felix. Mit zwei Türen. Ja, ich fang. Wir fangen an der rechten. Und dazu ein Schwarmding. Okay, komm ich mal mit zu der rechten. Wir sind nicht kalt, dass ich links war. Wenn es sein muss, mache ich es lieber jetzt. Die Schwarmding ist in einer anderen Etage. Geh mal raus. Ja. Komm ich nicht ran. Komm ich nicht ran. Bisschen zu decken. Komm ich nicht ran. Runterm Boden, komischerweise. Papa, ich kann sonst da unten auch nix. Jetzt kommt es wieder hoch, oder? Ja. Ja. Ich hab noch ein paar Schuss draufgelassen. Geh so unten noch paar Knoten ab. Eins, zwei, drei, abgeschossen. Noch mehr Knoten, oder was? Was ist das? Gut, nicht. Da sag ich nicht nein. Falls du wieder gespielt hast. Ach, save room schon. Ich will das noch nicht rein. Ach nicht. Hier ist einfach Feuer. Du hast mich gerettet. Hier gibt es ganz viel. Ah, hier ist der Toolkit. Alleiner eigentlich. Leicht, das ist nicht. Für den Minigun. Ich bin unten im Waffenraum. Da ist ein M249. Richtig geiles Teil. Oh, ich werde geklaut. Die habe ich auch mit. Das war richtig komisch, ja. Wo ist der Schwarm? Kommt nix, oder? Hat jemand das Gewehr mitnehmen wollen? Ne? Ich weiß nicht. Ihr seid besser bewaffnet? Okay. Ich glaube nicht, ich nehme es. Ich glaube nicht, ich nehme es. Das steht, ne. Das ist nicht. 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 Das könnte eine Blutung sein, oder? Diese komische Hand. Fizierte. Nein. Immer hier rechts an der Tür. Du brauchst ja keine Hilfe an der Tür. Ich werde dich hier rauskommen. Mal leuten. Wir haben echt keine Manu. Kapseln finden und zerstören. Ja, ich habe das Ding auch genutzt und dann fangen wir nach hinten an. Ah. Ich wünsche, es gäbe ne anderen Weg. Kommt noch was? War's was? Ich glaube, ich war's. Eine Uzi hängt ja auch, falls niemand gesehen hat. Oh, was ist das? Was ist das? Ach, ne Vector? Oder weggeworfen stattdessen? Aha. Ja. Halt still. Ich verbinde das. Ich bin dir dankbar. Dankeschön. Ich hab hier vielleicht was Gutes. Der hat den Mund nicht getroffen. Der braucht der Munition. Dann wieder. Der Satten los. Doppelt versorgt. Ach, Vantage. Ich hab jetzt 30 Dinger. Ich würd die wegmachen. Mit dieser Maße eh nichts. Ja. Mach weg. Ihr holt euch den Weg. Ich bin nicht geschrumpft. Ach nee, man wartet hier nur so tief im Wasser. Da liegt ne Granate. Ich hab keinen Slot mehr frei. Ich hab leider auch schon einen dabei. Ja, mach mal das Mittelherz kaputt mit einer Maräte bitte. Okay, ja. Da muss ich meine Horde kommen. Ich würd dann in den Waffenraum gehen. Ja. So, das müssen wir jetzt nicht. Keine Horde. Wir sind Teile von Bauer. Keine Horde, okay. Okay. Wir müssen hier noch raus. Ich glaub, hier sind noch welche. Aber nicht überall. Nein. Dazu sag ich nicht nein. Munition vermeiden. Da haben wir immer ganz viele Zombies. Richtig warm. Okay. Wormassen! Ihr seid Wormers! Ich versuch. Keine Fehlhöhung! Sucker! Nach dir! Sucker! Ich versuch hier anders zu helfen. Ja. Auf dem Schwarm. keine ahnung habe ich den schwarm nicht gemacht wo ich bin ganz schön hier unten bedrängnis ja auch weil ich kein leben habe ich hole auch weil ich bin jetzt stuck mach den doch jetzt kaputt ach die streuung ist so mega treff nicht mal mit der affe wenn ich vor der jemandem stehe ich werde dir jetzt einfach noch leben geben ja wo hängst du denn jetzt der mit der rüstung heftige nummer bin ich kaputt hier gibt jede menge munition ok da komme ich mal zurück und hol die munition uff wir sollten weiter ja muss die blutung stoppen sag ich 15 davon ok die rappen fühlen sich schlimmer ein als das was verursacht diese schnellen mutation es hat eben auch es muss einen katalysator ach wie geil ich habe jetzt so ein pflaster symbol ja es ist geil was eigentlich so ein bisschen gelähnt wenn man einen hit bekommt mir leid fand es so schwer probieren wir mal ob ich hier was brauchbares finde dort kann muni braucht wahrscheinlich keiner und das schon wieder da draußen der ist weg hin und hin noch eins vor dem war es in welchen ok ich habe das alarmding kaputt gemacht ok sehr gut es ist gleich wieder die neun wahn hinten witzig 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 ach witzig ach witzig Ich hab auch noch Schmerz-Killen, falls sie möchten. Die wachsen hier immer wieder nach. Immer wieder. Das nehme ich. Wie müssen wir das jetzt schnell machen und aufteilen? Ich kann die Knoten um mal abschießen. Ach, ne Knoten. Ich bin fast tief gegangen, aber ich bin noch da. Die Kapseln sind mit der Kernmatte verbunden. Bin ich die Einzige, die sich unwohl dabei führt? Seid ihr schon so weit voraus, oder was? Ich muss mich verarzt. Das wird ihr sehr weit noch leiden. Sind die einfach mal vogelaufen, okay. Das ist das Ende. Doch, weil das Team ist, hat sich einfach aufgeteilt. Ist einfach nach vorne gelaufen, ohne irgendwas großartig zu planen. LVP. Yes. War da jetzt jemand, wo es langweht? Oh, ich werde hier. Ach, echt. Äh, die müssen jetzt die Nestsurf, glaube ich noch. Ja, die LVP waren heute jetzt blöd, ne? Sind jetzt weg gewesen. Immer zur Stärke. Immer zur Stärke. Immer zur Stärke. Aber sonst fahren wir so. In der Position hast du mal versucht. Alter, die halten soviel aus, jetzt, ne? Es reicht ja nicht mehr ein Schuss. Ich werde dich klauen. So nach der Stärke. Ja, schweck auf mit so wenig HP, ja super. Ich bin begeistert. Wo ist denn dieser Schwarm? Ja schon. Ey, ey, ich hab hier noch Pillen. Ja, Pillenwände muss ich mir Jonas ja geben. Das ist für mich. Warten wir lieber nicht drauf, dass wir zurückkommen. Ich bin gerade perfekte Behandlungsbedingungen. So wie wenig. Ja. Ist halt nicht so wenig. Also das wird jetzt echt nicht sein. Ich bin gerade hier mit drei Finger gewesen. Ah, da hinten hat es irgendwie Nest zu stören, ja. Ja, also es kommt wieder in eine Horde. Ich stehe hier oben auf so einem schönen Protest, nicht gut? Ja, geht schon. Sonst auch noch nicht. Verzeih, dass du abkriegst. Denkst du vielleicht, dass es witzig? Gut, dich auf unserer Seite zu haben. Ja, dann... Äh, hier ist ein Schwarm auf der anderen Seite. Äh, ich muss mit Jonas hier eine Treppe verteidigen. Sagt einer allein nicht. Ich bin eh runtergefallen. Ich bin da vorne gelaufen. Ne, das ist eine Trefferunde. Aber ich würde ihn jetzt gerade marqueten. Ich werde den drin. Ah, ich werde das nehmen. Also, wir versuchen Richtung zu dem Knoten zu kommen ein Stück, ne? Ja. Oh, hier ist noch Kiste uns uns spart? Ja. Euiuiui. Schott gar nicht so'n Zeugs. Ich weiß aber, Schottie vielleicht, eventuell. Nee. Oh, du bist doch noch keiner von uns, alter Falter. Ich verließe eine Menge Blut. Ich verließe eine Menge Blut. Ich verließe die Flut. Es gibt so'n paar Sachen für uns, der irgendwie unsight, weil wir haben ein Wolfenswoll in der Nähe. Es war eine Tarte, ich war eine Teamkarte, die ich mit dem übergab. Ja, genau. Okay. Das Moni kann man nie genug haben. Weil keine Moni mehr füllen. Okay. Ah, ganz viel bei hinten angegriffen, alter. Habe irgendein Problem? Du solltest das verbinden. Die Form ist weg. Ja, so'n drittdings da. Sonst geht's allen nicht gut hier. Nee. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Es ist, als könnte man da mit voll rein. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass du da voll rein rennst. Mit der Maree, da ist er einfach rein. Ja. Kommst du eigentlich immer noch die Heilung mit Chris? Äh, ja. Ja. Ich bin hier hinten mal in der Ecke. Weil ich werde das gar nicht schlechter mit ihr werden. Kommt nicht mehr raus. Ja. Ich würde jetzt schnell mal kurz die Dinger holen. Ja. Die Punkte. Ja, hier ist genau. Ah, hier oben. Ich kann kurz nach oben gehen. Ja. Ja. Hier ist auch noch gut. Wir müssen die Kapseln zerstören. Und, äh. Karten. Läuft mal einen Einzelnen da her. Soll ich da oben noch ein paar Dinger? Ja. Da sind dann auch Karten, die wir ein bisschen rumlassen. Äh, gerne. Ich glaube nicht. Ah, okay. Da drin, oder? Ja. Oh, Marete. Aber eine schlechte. Ja. Ausdauerkarte habe ich bekommen. Karten? Eine. Ja. Achso, äh. Ja, eine, eine. Ist zu. Benötig Pickgun-Tür. Haben wir das jetzt vergessen, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht gestorben habe. Ob ich jemanden schwarzen? Er scheint. Das wird sicher gebraucht. Ja, hier. Ich habe keine Zeit, bitte. Genau, ich gebe ihm eines meiner Leben. Und ich brauche. Ja. Ich versuche den Schwarm zu jürgen. Ja. Ich versuche den Schwarm zu jürgen. Ich versuche den Schwarm zu jürgen. Aber ihr seid in Bedrängnis oder? Ich bin da oben gefahren. Das sagt aber nichts. Ich sage das aber auch nichts. Aber ist egal. Seid er da drinnen gut in dem Raum oder wie? Ich glaub ja. Ok, der kann durch Fenster kommen. Kann ich aber gucken. Ok. Mal sehen, ob ich die Tür halten kann. Ich denke nicht. Ich muss dir erst beibringen, wie das richtig geht. So geht er dort. Geht hier. Das geht nicht. Hä, ich hab ihn hinten angegriffen. Warum das? Ah, gibt's noch ein Fenster. Ach, der Schreck. Der Raum war nicht so gut. Nee. Warum bist du denn da unten? Ist ja Wahnsinn. Er ist da geschrauben und dann hängt er da an der Wand. Versuche ich ihn zu retten? Ok, genug gejammer. Hör auf zu jammern, man. Du hast mich gerettet. Gerne. Da war da eine Revanche. Ja, ich muss das machen. Ich hab's danach gehabt, keine Rolle, glaube ich. Ich glaub ja. Wir finden das Teil von dem Ort, das wir suchen. Ich glaub das Vorhinein tatsächlich schon gesehen gehabt. Ich weiß auch, wo ich glaube ich. Ich bin irgendwie vorbeigelaufen. Ich weiß auch, wo ich glaube ich. Wie kann hat keiner dabei, ne? Nee, ich hab Munition ins Box, weil ich nichts hatte. Warte. Da hinten ist es. Puh. Da weg, keine Mannschaft. Mir geht's nicht gut. Oh, die runde. 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 Wie sind aus, als komm hier gut voran. Gerade nah. Hat mich gekrämt. Ja. Mit einem Schlag weggemacht. ich hab doch noch auf dem leben mein letztes opfern ich habe noch einmal 7 leben ja dieser ries spawn ist ja voll sinnlos ja ich meine es nur dass das jetzt da bis 30 leben wieder wie das wenn ich leben beim töten würden wir gucken ich hab noch ein paar zum beispiel da sind sicher glaube ich aber können auch falsch sein, oh ja doch, da ist ein Ritter mit Spucker, glaube ich Ups Siehten explodieren, glaube ich, alle So, also, ähm, wollen wir warten, bis du an der Wand hängst, oder was? Oder soll ich dich jetzt mit meinem letzten Leben hochholen? Ja, ich denke schon Also, hochholen? Ja, wenn wir nicht wirklich besser werden, haben wir es sowieso verkackt, denke ich mal Vielen Dank Neuen Lebenspunkt, ihr seid so toll Das nehme ich Nein, ich mache das dicke Ding kaputt Scheiße, von dir selbst? Warum? Also, los geht's Das dicke kaputt machen, in der Nähe, war ein bisschen ein Fehler Nimm den mal mit Ja, wird's den Arm von Bob dabei Warum auch immer Er lag da rum Ne, nutzt Bob's Arm, um den Schutzraum zu öffnen Wir brauchen seinen Finger Möchtest du den Arm halten, Cor? Ich weiß nicht, finde ich ein bisschen egelhaft Ich weiß nicht, ob er da hinten noch hat, die Horde kommt Folgt dir Ja, wo ist es? Ach, drüben, bei der Waffentammer, oder? Ich weiß nicht, wir sind auf jeden Fall gerade in einem schönen, offenen Feld hier Das ist ja nicht so gut Der Gang ist feucht Ne Ich bin dabei Die Ausdauer ist noch so kaputt Gibt's hier noch irgendwas zum Heil mitnehmen? Vantage mitnehmen, oder benutzen? Benutzen bringt eigentlich nichts, oder? Bringt nichts, ne? Ja Die Zeit läuft uns davon und irgendwo wird der Karte Gut, äh Scannen Öffne die Tür Scannen den Arm Ich finde, muss gedrückt halten Große Gruppe infiziert, wer gesichtet die auf dem Weg steht Nee, jetzt geht es Nein Hat noch die Karte vorgelegt? Nein Rein da Ja, du Das soll ein Safe-Room sein? Oh wei Oh mein, dann würde sogar das die Weine Der General wird sauer sein Das war vielleicht mal ein Safe-Room Ja Es ist alles Followerin Das war so richtig schlecht Ich hoffe, das hat beim Zuschauen auch ein bisschen Fang gemacht Dann könnt ihr natürlich wieder wie immer ein Like da lassen Ein Abo sowieso Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder Tschau Leute Tschau